und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play league of legends wir sind wieder hier mit dabei und ihr habt seht schon ich habe den chaco hier drinnen und zwar werde ich mit dem chaco jetzt ein spiel aufnehmen wenn es was wird als ein ordentliches spiel als ein richtig gutes spiel dann werde ich hochladen wenn es nichts wird dann wird werdet ihr es nie sehen und das werde ich jetzt so lange machen wie es wie das heute funktioniert und ja ich hoffe man dass es gleich funktioniert und wir ich habe manchmal mit chaco halt übelst geile scores wie 16 0 oder so oder 14 2 und was ich nicht alles schon hatte und das genau das nehme ich dann halt nicht auf das ärgert mich deswegen will ich das einfach jetzt mal so machen damit ihr seht dass ich auch mit dass ich auch im display mal ordentlich geile scores hinreißen kann nicht immer so entweder halbwegs gut oder schlecht das problem im let's play ist halt dieses labern und das unkonzentrierte auftreten 100 100 gestern muss man sagen hatte ich auch übelste tage gut ich hätte nicht aufgenommen habe da habe ich zehn spiele gespielt habe neun davon verloren da war und ich hatte auch mal als frühes habe ich auch gespielt da hatte ich auch ordentliche viele dabei im team bild habe ich schon lesen können so schnell gar nicht lesen können so dann gehen wir mal hier hin doch kommen in der kluft der beschwörer wir haben übrigens ein troll im team wieder mal der darius wollte unbedingt der darius wollte unbedingt top spielen und er war natürlich nicht erster und ja ihr seht schon der darius ist jetzt abc und wenn er sich hinkriegen sollte reporte ich ihn einfach mal für die tatsache dass er einfach instagram gemacht hat obwohl er nicht bei weiten nicht der erste war der top gesagt hat 30 sekunden bis zum erscheinen der versagen zum bahn 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 hallo nur als erstes die viel stelle war es ist ich bin kein freund der französischen sprache das ist nicht anwarten klingen soll ich finde sie nur sehr komisch und weil ich heute geburtstag habe da habe ich habe also nicht ich habe nicht geburtstag da habe ich mir gedacht ich packe viele chakos aus der sieg der werke lacht und welche das dauern aber das schaffen wir erst dauernd so gleich noch zu dem wolfies und auch mal den wolfie gleich dauernd komm schon dass ich halt wieder nicht den wolf an so auch du stirbst eines langsam grauen von todes und auch du stirbst eines langsam grauen von todes und und chako rennt weiter ähm momentan sind alle pushen das heißt es ist doch vollkommen sinnlos da rein zu rennen stirb chord, stirb, 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 stirb So, platzieren wir mal ganz kurz, ich hör wieder, er greift nicht an, er greift nicht an, er greift nicht an, er greift nicht an, aber ich habe ihn zu weit rein platziert. So, dann haben wir jetzt auch Unsichtbarkeit, der Klaren macht das viel noch schnell fertig und dann geht es auch weiter. Hier schlucken wir noch schnell einen Trank, dann bist du gleich noch ein. So, der ist jetzt gleich down. Flupp, und erst weg. Und der Trank, der 2, der fängt gerade an, mit Schlucken. So, jetzt kann man hier auch jetzt mal reingehen. Mist. Nice, wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay, gut, warum nicht? So. So, hier ist nichts mehr, okay, also nicht noch mehr. Oh, da hinten. Jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich nicht. Oh, das war uncool. Ein Verbündeter wurde getötet. Bei 1 vs. 1, das muss ja nicht sein. So, schauen wir mal, dass wir hier ganz schnell mal ein bisschen was hinkriegen, bevor der Buff respawns. Hätte ich eigentlich gerne Level 6. Ich glaube, ich bleibe hier unten bis ohne, ich muss auch. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber sie hat es auch geschafft. 5th Noob Jam, Dead Ignite. Ah, Verbrennung. Klar. So, haben wir das auch geklärt, das Wurde, das 4 hier hinten. I love Fiora. I love Fiora, too. Oh, ich kann Englisch. Englisch. Bam. In your face. In your face. In your face. Aber so werde ich auf jeden Fall nicht Level 5, da muss ich auf jeden Fall noch irgendwas killen. Ah, siehst du, mein Bot sieht ganz gut aus. Schaffe ich auch noch, glaube ich. Oh, sie stoppt. Gut, okay. Ein kleines Stückchen näher. Komm, den Hormons nach vorne. Schade, habe ich nicht geschafft. Ei, Hannah, Ameen, without Ethems. Was? Achso, das geht ja nur mit Damage in die beiden machen. Maschieren, maschieren, maschieren. So, okay. Mal ganz schön viel Damage. Es geht bestimmt um solche Damage hier. Wie mache ich hier? Ich viel. Okay, jetzt kann ich wirklich das Laterne holen, holen wir noch schnell einen Drang und dann geht es in den, zum Blue-Buff. Fizz, Blue. Ein Gegner wurde getötet. Nein, komm auch. Ich weiß nicht, ob der Ezra ist, der er im Blue gleich kriegt. Ich werde hier auch die Jungler haben. So, da habe ich dir noch schnell die XP gelassen, einfach mal. Mit der schneller Level als ich. So, ist aber das hier noch dauernd. Tja, dann hast du nicht gerechnet. Nice. Das wird sehr gut momentan. Also, muss man bloß aufpassen, dass das Team nicht anfängt, übermütig zu werden. Ich hole mir einen Red-Buff gleich. Red-Buff. Ich hole mir einen Red-Buff. Du holst dir einen Red-Buff. Wir holen alle Red-Buffs. Zur erste Kiste aufstellen. Und geht sogar gleich los. Das war jetzt nicht so geplant, aber... Wen interessiert's? Oh, kein Mahler mehr. Aber jetzt so wieder. So, wir müssen das Alterne noch ein bisschen ausnutzen, bevor es in den Teamfight reingeht. Läuft gerade sehr gut. Läuft besser als im letzten Game, was ich aufgenommen habe. Ja, es ist nicht das erste Game, was ich auch mehr mit Chaco. Willkommen. Letztlich, dass ich alles nicht so reibungslos war. Da ging der Teamfight viel früher los, als eigentlich geplant. Weil ich auch mehr gegankt habe. Das war zwar im Endeffekt besser am Anfang für uns. Wir haben auch gewonnen, aber es lief dann im Endeffekt halt nicht so gut für mich, weil ich halt nicht leveln konnte. Und dadurch halt im Endeffekt nichts hatte. Ich konnte mein... Ich konnte meine Wrigler-Saterne nicht ausbauen. Ich konnte gar nichts machen eigentlich, weil das Spiel so schnell vorbei war, dass Chaco keine Power hatte. Und wir gleich zu jetzt. Alle befinden sich noch schön auf ihren Linien. Und ich kann noch in Ruhe ein paar von den Boss-Viechern platt machen. Und ich hoffe, dass ich mit 20 Boss-Viechern dass wir dann in den Teamfighter jetzt reingehen, ungefähr. Dann kann ich nebenbei immer noch ein paar andere Viecher platt machen. Wo ich hätte das hier platt machen, das kann man nicht angreifen, richtig. So. Du gehst down. Ein kleines Stückchen näher. Na, bei Israel brauche ich mich gar nicht konzentrieren momentan. Habe ich weder Mana noch das Leben dazu. Ich hoffe, der Fisk kackt nicht ab, weil das wäre do- Oh, what the fuck. Der ist ja so siegen. So, okay. Ich kann dir momentan nicht helfen, weil... Ähm... Ach so, die Fiora. Oh, die ist Level 5. Was? 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 Ich dachte, das Team gerade gefällt. In Jungle didn't getötet. Los geht's. Los geht's. Okay, denke ich mal... Mach... Mach... Mach ich mir nochmal back here. Level 8... Äh, 18 Viecherhammer. Und ihr habt schon gesehen, die ersten sind jetzt so hochgelaufen. Dann ging es mal da lang. Also die Teamfels geht gleich los. Ich hoffe, ich kann noch... Maschinen, Maschinen, Maschinen. Die erste kleine Axt kaufen, bevor es losgeht. Ein Gegner wurde getötet. Euer Team hat einen Tumpf... Also selber, dass die Fiora sehr gut tut, die gibt es ziemlich stark an. Ah, das war... Jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich nicht. So, dass sie beide wahrscheinlich nicht allzu gut mit Fiora. Und können das Potenzial noch komplett ausschöpfen. So... Vielleicht müsste auch der nächste Blue auftauchen. Das heißt, ich gehe mal hoch zum Geist und bekämpfe dir erstmal. I don't have our rooms for us. So, Blitzcrawl... Ja, komm, wir holen uns jetzt mal hier den Blitzcrawl, der jetzt gleich kommt. Na, wunderbar, da ist er doch schon. Acht Sekunden noch. Daumen wir hier, kommt es das hin und dann geht's los. Bah, mit dem D und... Pflup. Ich gehe, glaube ich, sogar noch die 25 voll, bevor die Teamfight losgehen. Jetzt ist der Blitzcrawl hochgekommen. Ja, jetzt ist der Blitzcrank hochgekommen, aber das ist klar, das geht in die Tiefe jetzt doch los. So, das war's für Blitzcrank. So, wo ist denn die... Ah, hier ist der erstmal, ja, alles klar. Das wird ein Speis. Dann holen wir uns den mal. Warum laufen eigentlich alle hier lang? Ich laufe extra hier lang, damit der nicht hinkommt. Und jetzt laufen alle hier lang. Hm, alles klar. Alles klar, die...